Servus wieder, Willkommen bei einer neuen Gemüse und in der Zwei auf meinem Kanal. Wir hoffen, heute geht's und so weit gut. So lange ein, sowas. Staff und er selbst haben gestern eine rausgehauen. So geil, ihr habt das leider so spät gesehen. Und zwar ein neuer Staff ist da. Und zwar haben wir in der Fenster, dafür, dass wir schulen. Da haben wir noch weg. So haben wir noch. Da haben wir in der Fenster. Ja. Und zwar dieses schöne Brachstück. Mal diesen. Das ist so. Man kann ihn ja in dreiviertelten Varianten nehmen. Ein bisschen größer. Und dann haben wir halt den Fernverkehrsmaschine rum. Also der ist kleiner wie der normale, weil das andere Modell ist. Efen nehmen goldig. Und den sehen wir uns jetzt mal kurz zusammen. Essen nehmen natürlich. Den großen Klapper. Weil hier kann ja meistens noch Fernverkehr. Ja. Alles in der Stadt. Ja. Alles in der Stadt. Wir nehmen aber den Zweierxer. Ja. Ja. Und dann sehen wir den großen Mordwomen. 249 Bands. So. 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 Dann nehmen wir mal, ähm, das Gekriebe. So. Ja, wir haben heute die Schuhe, mein Wibbert ist ein bisschen heiß wie gut, aber ich glaube, ich habe alles, man kann alles lagieren, aber ich sage, dass wir immer unsere Firmarkuren vom Schneemann nehmen und das heißt Nero, Black, Magerheit, das ist cool, ich finde es auch geil, aber für den Schneemann muss es Black sein, hat er extra gesagt und dann machen wir das auch so. So, kann man das gleich mal machen. So, hier kann man dann, wenn man auf der Baustelle ist, hat man diesen, wie heißt das, Personwinkel, Dingsbums, sogar reagiert. Aber wir fahren ja seit dem Baustelle ein, wir nehmen die normale Front, aber wir können uns dann auch mal in den Spezialtransport, diese andere Front anbauen lassen. Wenn es weitergebekommen, wir haben ja genug Geld. Da, 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 da. Das größte, da, da.對, da, du, da, du so. So, also das da, aber ich finde das der Beste besser. So, das gibt es auch noch, dass wir in einem Moment, wenn der Fluch war. So, wenn jedes Jahr oder Jahr rauskommt, hat man immer Interesse auf sie hier. Also das lassen wir mal weg. So, dann gehen wir hier mal ins Kamera festlegen. Also Freundspiegelkamera. Findest noch besser wie die Seitenkamera. Ja. 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 Dann waren die Spiegel verkehrt. Ja. 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 Wir haben ja einen drin, den Scheiben-Dings haben wir auch nicht, so was Leder, ja sieht aber edel aus. So. So, wir machen das Teil so schönes Götz. Das war super. Wie war ich? Wie war ich? Wie war ich? Wie war ich? Ich bin ein paar Jahre lang. Ja, aber leider. Aber ... ... ... ... ... Hier kann man das Fenster in die Tür reinmachen, das machen wir bei dem Bausteinvertrag, weil man genau auf diesem Sitz, weil nun mal das ist, genau. Man kann auch den Sitz so klappen und sieht man draußen, was praktisch. So ist es. Da kann man ja noch besser rausgucken. Wir brauchen das aber nicht. Wir brauchen das normalerweise. Und unser Kissen gibt es wieder mal im Einsatz. Da kann man ja noch hin. Was ist das? Ah, ich dachte, das ist mal ja. Okay. Da muss man immer kaufen als Reifen. Dann werden wir es richtig machen. Wir machen es auch richtig. So. Ähm. Und dann noch. Und dann noch den Deckel drauf. Ja. Ja. Sehr geil. Da kann man ja irgendwie drauf. Ja. Da haben wir energiert. Sieht noch besser aus. Gibt es hier einen Geist unten? Ne. Ne. Okay. So. Ihr seht, da ist noch ein bisschen unter Luft nach oben. So. So. So, das muss ich noch was. Naja, das ist süß. Naja, das sieht nicht aus. Nimm mal die. Dann sind wir jetzt fertig. Kaufen an den Back und drehen die kleine Aufrunde. Die Tour kommt dann auch normal. So. Mama. Ja. Mein Hals zu sich ist scheiße. Das hat mein Junge immer noch nicht in der Kontrolle. Aber wir tun. So. Dann sind wir jetzt. So. 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 Ich kann mich nicht verletzen, aber ich kann mich nicht verletzen, aber ich kann mich nicht verletzen. Ich bin sehr gut. Aber ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Das war die Wahrheit, die wir hier haben. Das war's. Wir haben die Begevnis in diesem Spiel. Ich habe die Tränen, da ist ein kleineres, kleineres, kleineres Rufkunde. Okay. Das ist eine Welt relativ. Das geht. Das ist ein kleines. Das war's für heute. So, da war die Lade, wir sehen uns in der nächsten Pläne, wir hätten sie dann passen wir mal auf und vielleicht wieder mal hinbekommen wieder, die euch irgendwie gefällt, die Lampen und dann die Lampen, wir sehen uns, und dann, ciao